So, ja, Moin hier, hier ist wieder Thorsten, eure Nervensäge. Wir sind dieses Mal hier in Munster beim US-Card-Treffen. Das ist das siebte Treffen, wenn ich mich recht erinnere. Und letztes Jahr waren wir schon mal in Cognito hier und da waren nicht so viele Fahrzeuge, weil das Wetter allerdings auch schlechter war. Aber dieses Jahr ist hier das wirklich reichlich besetzt. Wir haben uns hier ein bisschen positioniert, damit man auch weiß, ein bisschen Revier markieren. Wir sind jetzt hier, kommen zu unserem Treffen und haben hier auch schon sehr nette Gespräche geführt. Kontakte waren auch schon super. Wie immer sieht man geniale Fahrzeuge, ob das hier zum Beispiel der Höhegelegte ist. Weltklasse. Die sind alle ein wenig höher, würde ich sagen. Man hat aber auch die Möglichkeit, hier so einen alten, ich weiß immer nicht, wie sie heißen, tut mir leid. Aber ich bin da halt nicht der Experte. Aber so ein Alter, ich, oh mein, Siflöse hat gesagt, Kettle Deck. Camper haben wir auch hier. Denkt dran, bei uns könnt ihr auch campen. Hunde sind auch gerne willkommen, alles gar kein Problem. Diesmal werden wir das ja auch im 2. bis 4. 8. machen. Dementsprechend wird das Wetter auch besser sein. Jetzt sind wir hier noch in der 2. Reihe und 3. Reihe. Wir gehen jetzt nicht komplett durch, das wird nachher auch langweilig. Aber wir haben da einige Fahrzeuge, die immer gesehen werden, wie hier den Kipper. Also das habe ich noch nie gesehen, sowas. Finde ich nur Weltklasse. Ich empfehle euch einfach nur, kommt zu unserem Treffen. 2. bis 4. 8. 2019 in Grambig bei Mölln, Nähe Hamburg. Und dann wisst ihr, was euch erwartet. Bei uns werden auch alle möglichen Facetten an Fahrzeugen da sein. Und wir werden wieder Spaß an der Freude haben. Es reicht ja schon, wenn es trocken ist. Das würde uns dann schon vollkommen reichen. Ein Challenger sehen wir gerade hier. Hier sind noch ein paar andere Ram-Freunde. Und eins muss ich euch nochmal sagen, so unter uns. Hier ist ja kein Mensch. Denkt dran, Eintritt ist frei. Campen, Schnitzeljagd, Konvoi. Wir bieten eigentlich alles ein rundum-sorglos-Paket. Und wir wollen nachher, wie gesagt, unseren Gewinn spenden. Deswegen, eure Bitte, teilt uns, liked uns, empfiehlt uns weiter. 2. bis 4. 8. Ich wiederum nicht, aber das ist wie bei einer Werbung. Es muss immer wiederholt werden. Kommt zu unserem Treffen. Wir freuen uns auf euch. Wir zählen auf euch. Bis dann. Howdy, euer Thorsten.